hey ho leute neuer fixen wir zusammen mit goma der discario und abonnenten von uns beiden genau von gom und mir sorry discario ja die kennen ihn bestimmt auch also so ist das ja nicht der chef auf jeden fall haben wir gesagt bei facebook dass alle die minecraft 1.4.5 haben gekauft und die goma und mich abonniert haben dürfen mitmachen halt wie immer facebook special quasi und was gibt es hier was zu sagen ich denke mal das spiel wird sich innerhalb wenn wir spielen halt gleich selber erklären also wir müssen das passiert etwas auf capture the flag im halt team fortress wir müssen gleich eine ich sag mal flacke an uns nehmen und die in unsere basis bringen und ich denke mal das werden wir dann im spiel genauer erklären können das werden die zuschauer einfach sehen das heißt wir sind eigentlich bereit denke ich mal und ich kann den countdown einläuten oder ähm ja ja leute ja gerade geschrieben noch zwei minuten was egal weiter weiter kann dann den neun acht ich bin gespannt ob er etwas sagen wird ich bin gespannt ob ich das hier richtig schaffe nicht dass ich mich hier noch verdrücke hier habe ich noch nie gemacht so ein countdown noch nie premiere und null überhaupt nicht skype oder wir dürfen auf den button drücken oder start the game ich weiß es nicht drückt drauf ich drück mal drauf ok acht game bin gespannt ok es geht los einer nach dem anderen bitte immer ich bin zweiter da muss immer mehr drauf drücken moment mal ich drück drauf ich rate euch nehmt heavy heavy ok ja stimmt der hat ja gute sachen der hat richtig gute schwert und auch bei team fortress der beste er macht mega spaß und auch die bilder hier habt ihr auch solche bilder hier von dem charakter in team fortress ok heavy alter essen holen und heilung quasi geil schärfe 2 und pfeil und bogen mal wieder mit unendlichkeit und stärke 1 und ein golden apfel in sender natürlich auch ja haben wir auch den heavy vermutlich ist ja verdammt gut aber ja genau aber der kann halt so lange es am laufen stimmt aber ich glaube das ist ein vorteil soll ich sniper nehmen kannst du mal machen wie komme ich hier raus es geht noch zwei minuten lang bis es losgeht weil ich bin hier in der kammer warum bist du werdet ihr nicht tippet nein ach so ihr seid auch in der kammer wir sind in einer anderen kammer warum das denn nein in zwei minuten geht es glaube ich jetzt weiter ich denke ich glaube das ist gewollt also bei team fortress wird man glaube ich auch in unterschiedliche kammern teleportiert beim anfang und wenn das spiel dann startet dann können wir wirklich alle gemeinsam seit an seite kämpfen er ist gar nicht so wichtig weil ich hätte ich bin leider aber also ich bin bei crazy shiny und minecraft im kuh und das ist der weltgefallen wir waren rot oder es kann ja ja ich weiß schon dass du griffig einiges aber das problem ist nur kommen ist nicht bei uns eben auch wenn es wir bei euch eigentlich aber ich glaube ich sie kommen okay es noch zwei minuten bis los geht aber wenn ich raus aus der kammer ich sterbe es geht noch ein bis los geht wie auch steht das im chat okay dann fragt man minecrafty und kuhlisch teleportieren können ne es geht gleich los ist doch egal okay dann soll man das gehen hier der stein runter und bei ihm geht die türe auf so einfach ist das ist bei den elke oder auch jetzt geht es los achtung 2 1 und go mission startet kann man so die sachen er kommt man mit zu müssen ja jetzt gehen ja gut und wenn ich folge einfach komme kommst du uns geht los hier wenn ich euch finde hier ist minecrafty und kuh warte ok am besten ihr folgt mir ich weiß wie die flagge ist kommst du nicht genau okay da bist du ja wunderbar hallo ich bin es wäre ich folge dir wir müssen jetzt irgendeinem Weg rausfinden vor Ort wurde auf Twitter geil und auf Facebook ich weiß gar nicht dass du ein Twitter-Account ne habe ich nicht nur auf Facebook ja ok das sind schon die Gegner die haben Unsichtbarkeit oh krass wer ist wow die haben krass gutes Schwert aber wirklich krass aber richtig gutes Schwert ok weiter in die Basis langsam vorkämpfen die bemerken uns glaube ich nicht ich gehe mal an der Seite lang ich möchte wieder mal überraschen und dann diese blöde Flagge capturen wo ist die oh nein capturen hinter euch minecrafty und co hinter euch das ist doof man ich habe ihn gekillt oder ne habe ich ihn nicht verdammt er hat sich ausgezogen wieso haben die ein gutes Schwert das Heavy killt mit drei Schlägen das ist echt der hat sich nackt gemacht verdammt oh ich habe einen getötet aber ich habe nicht mehr viel Leben oh nein ich bin glaube ich hier ganz nah an der Basis dran an der Flagge komm mal wo bist du oh mein Gott okay ich bin am sterben hier ok ich sehe ich es kommt zu euch ich hätte den goldenen Apfel nehmen müssen also Leute ihr habt ja wahrscheinlich auch beide den goldenen Apfel nehmt den ruhig wenn ihr irgendwie stark verwundet seid oh es weg war bei mir irgendwie kann das sein ne also ich habe extra gefragt ich habe gerade den Sniper genommen oh nein mir leckt das ich stehe ganz alleine hier ich mach ganz kurz das normale Textschiff hm wie komme ich denn auf die andere Seite und hier ist ein Weg okay also bei mir leckt das überhaupt nicht obwohl ich gerade rendere ich rendere ja noch nebenbei oh kacke ups ein Kommentar warum was war los hast du auch noch gerendert ja ja lol ist gerade fertig geil ok es ist lecklich mehr super perfekt ok 13 Minuten noch bis ähm das ganze Spiel vorbei ist oh Gott hoffentlich kriegen wir wenigstens eine Flagge also ich nenn das Teil einfach mal Flagge ich glaube das heißt Blue Intel ja per uns doch egal capture vielleicht also hinter dir ist ProHofLP ne ich find diese Flagge nicht und hier sind Knöpfe oh geil wo bin ich denn hier ja ich check das nicht warum killen die mich immer so schnell ich bin doch heavy wo bin ich denn hier ach in das Bohrenkammer von der Gegend an die killen mich immer schneller ich erinnere mal die Klasse ja die haben schon gute Klasse ja kann man ja auch stimmt ich sollte auch mal die Klasse ändern so ich nehm mal die Klasse nehm ich nehm am besten ich kenne ja die Karte doch überhaupt nicht das heißt ich habe keine Ahnung wo ich hier ne Flagge finden kann oh toll oh wie schnell töten die einen was soll ich nehmen soll ich Pyro nehmen keine Ahnung hat der da einen Flammenwerfer in der Hand oder wie Soldier was hat der denn schönes der hat so mal gucken ein Iron Sword was hmm wen nehm ich denn mal hey boah die sind alle irgendwie mächtig Ulliskar lass mal zusammen losgehen ja gut dann nehm ich mal hier los gehts wohin ich folge dir ich glaube hier gehts den Pyro ich nehm mal den Pyro einfach einfach immer zu zweit bleiben der hat nen Feuerschwert ne der Pyro wollte ich nur so wollen wir uns nicht irgendwie mal treffen dann laufen wir wieder in ner Dreiergruppe ja aber dann nehm ich mir ne andere Klasse wenn ich sterbe nehm ich mir dann ne andere Klasse da vorne seid ihr Achtung ich bin hinter euch ich bin hinter euch ok er brennt Achtung der Pyro ist geil der Pyro ist geil der ist echt geil ich will schießen ich hab glaub ich Liscario getroffen oh ja habt ihr ok dann haben wir schon mal was shoot by gomme hd jawoll der Pfeiler im Kopf und überall ok der muss brennen brennen ich schieße rechts zu links ok nein wo muss ich ihn lauf und ich war tot ja ich hab ihn ich hab ihn komm Moment ich laufe in deine Richtung ich bin tot ich komm schnell vorbei Moment ich bin hinter hier René hat die Flagge von den Gegner wir müssen René beschützen wirklich ok schnell hin ja boah wir haben hier ein gutes Thema wo ist René wo ist René ich darf die Namen schauen er ist auf jeden Fall nicht René aber der Typ brennt auch erstmal vorsichtigen schieß rauf schieß rauf oh Gott den kriegen wir nicht oder kriegen wir den nein oh der hat auch nicht mehr gelegen warum können sie so schnell schlagen der hat Hast vermutlich es gibt irgendeine Klasse die es verdient overpowered weil die Hast hat alter Minecraft den Kurven nicht angegriffen äh ich nehme wieder eine neue Klasse ok da ist René ist er noch die Flagge oder ist er schon gestorben ich glaube schon gestorben oder Klasse hat es äh kurze Frage in welche Gruppe gehört Minecraft in zwei in unsere Gruppe der hat mich gekillt der gut kommt vielleicht mal aus dem vor nee der hat mich angegriffen dann bin ich weggelaufen und dann ist er mir gefolgt sozusagen also ich bin einen Schritt zurück und dann hat er mich trotzdem weiter angegriffen ok hier den den krieg ich auch noch oh nein ich brenne ich brenne ich brenne der hat auch Pyraman lol lol ich glaube ich habe einen Fail gemacht bei dieser Karte oh lol Leute epischer lol epischer Fail aber sowas von eben Fail Leute ich bin blau wieso bin ich blau ich nehme mal eine andere Flagge lol hä warum bist du blau Liscario unglaublich epischer Fail Leute ich habe gerade den Spy genommen und der Spy der müsste doch eigentlich voll schwach sein oder der hat ein Schwert mit Schärfe achten zu und jemand der ist voll overpowered richtig unfair nicht im Ernst doch hole ich mir oh ich habe gerade die Klasse gewechselt oh Gott mache ich gleich einfach nochmal dann gucke ich mal wie überpowered warte ich gehe jetzt in die rote Bude rein so zwei gut dann hole ich mir den aber auch ok dann habe ich was hat der denn alles heftig oder äh ja aber der muss doch auch irgendwelche Nachteile haben und hier der Scout der ist auch richtig überpowered der Scout ist auch der kann so schnell sich bewegen der ist so stark das ist richtig unglaublich ja das finde ich gerade ein bisschen kacke probiert mal den Scout aus der ist auch nicht schlecht wieso habe ich so viel bekommen eigentlich ähm wollen wir nicht mal wieder uns auf die Flaggen konzentrieren doch doch ok wir haben jetzt hier schon recht lange rumgealbert oder rumgealbert halt keine Ahne also boah Schärfe 8 lol aber auf dem Holzschwert ok runter hier gut wir müssen mal eine Flagge einnehmen auch wenn ich keine Ahnung habe wo ich die finde ich möchte nur eine Flagge einnehmen eine ich bin ich ungewichtbar warum bin ich hä weil das nur das sind nur 6 Sekunden achso oh äh Liskario ich bin da die Achtung das schaffst du nicht gerade boah ey das ist halt egal ich meine Richtung und renne da rein fettig ja ich renne auch hier gerade einfach nur rein 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 die Leute verfolgen mich aber ich renne hier rein dann heavy nein ok das hat nichts gebracht wir mit einfach rein rennen na gut andere strategie etwa ich bin anfang ziemlich krass gefällt ich bin nur gestorben quasi aber ok ich hab auch ein paar Kills gemacht stimmt ich hab auch noch ein paar Leute getötet aber ich hab direkt einen Nahkopf ich werde immer verloren keine Ahnung warum die Gegner das overpowered sind ok da kommen zwei Gegner aufs Mal das ist nicht gut ok ok 8 Minuten noch hoffentlich scheinen wir das alter der Spy ist ja richtig überpowered hier ja ne ja aber richtig wenn der irgendwann mal angreift die sind kaputt der braucht ja nur zwei Schläge dann sind die tot ok ich sehe Henry und Renne die kommen zu uns gehören die nicht zu uns ja die sind bei uns im Team oh doof man ist runter doof man ist da Achtung nein ich bin tot scheiße ich war gerade kurz vor dem gegnerischen Dingens ja ich bin da ich bin da muss man hier runter oder was ja runter einfach runter da nein ok schnell runter 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 bitte 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 was ist besser ein Holzwert mit Sharpness 8 oder ein ich finde hier unten nix oder sie waren mit Sharpness 3 so ein Intel hallo ich finde hier nicht verdammt ich finde das Teil nicht ich finde die Flagge nicht bist du schon in der gegnerischen Basis drin oder ja ich bin hier oh ich hab die Flagge ich hab die Flagge Achtung dann beeilig los los ja ich kenn den Weg nach draußen nicht nein da kommt Henry Henry raus raus Henry hey der hat so ein Gegnerteam heavy hat genau der hat blau warum ist Henry im Gegnerteam er hat zwei er hat sich das Gegner verkleidet mach ich das ruhig auch gerade oh shit das hab ich nicht gemacht das hätte ich auch eben mal machen müssen hey Gommi du hast einen blauen Intel kann das sein Achtung da vorne ist warum er hast einen blue Intel ja ich hab ja weil ich die Flagge doch gesichert habe nein ich bin tot das war so knapp weil ich mich einmal verlaufen habe ok aber ich kann hier eine blaue Rüstung anziehen geil mann der ist so richtig überpowert das Bonn ja ich geh jetzt auch da gegen einen rein aber ich hatte schon mal die Flagge schon mal die ersten Schritte hab ich endlich die Ausrüstung nicht mal gepeilt aber die ist auch irgendwie nicht so gut erklärt finde ich die ersten Schritte sind schon mal gemacht finde ich richtig gut ich möchte wirklich nur eine Flagge einnehmen ich bin gleich bei der Dings eine Flagge verdammt der hat mich gekillt ich hab ihn dafür gekillt jetzt jawoll super warte jetzt zieh ich mich blau an ich hab keinen Bock mehr so blau wo ist blau ich hab gleich die Flagge ich hab gleich die Flagge ok ich hab die Flagge gleich ok die checken gar nicht dass ich hier irgendwie beim Gegnerteam bin ich hab auch gleich die Flagge ich hab die blaue Flagge du hast die Flagge renn 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 einfach hier raus aus dem Gewusel lol kommst du hier ja komm komm renn renn ach scheiße ich hab einen aus unserem Team ich hab einen aus unserem Team getötet ja ich hab leider einen aus dem Team getötet kommt vor weil da waren drei blaue ne ich glaub zwei blaue und ein roter und ich hab da einfach nur reingehalten ich hab ihn gerade ein bisschen aufgehalten renn einfach renn 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 ich bin gleich bei der Basis ja ja komm voll ich schütze mich ich schütze dich komm hinter dir ist einer ich halte ihn mal hinter dir ab nein ok doch ich halte ihn mal ab ich hab ihn abgehalten hinter dir ist niemand mehr eigentlich gerade die schaffen das nicht mehr wir haben glaube ich gleich den ersten Punkt renn 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 dann haben wir gewonnen hier genau hier runter komm schon wer eilig Alter da sind viele schnell runter wer eilig jetzt ernsthaft ich geh wieder oben und renn mal wieder in die Basis vom Gegner oh ich beschütze dich hier oben dass hier oben keiner Leute mehr kommen ja und ich schau hier unten mal ganz kurz mit oh oh ich glaub ich bin falsch gelaufen ich bin falsch gelaufen wieso bist du falsch gelaufen die sind noch weit weg gerade kommt der erste in der Basiswehr an die kommen drei Leute sind in der Basis ok schafft euch ok Moment und ich ab dem Punkt yeah geil super jawoll eine Flagge gecaptured ok ich renn direkt wieder in die Basis ok ok ich bin zu doof dazu nehm dir das Diamantenschwert äh Holzschwert beim Spy Diamanten ja Diamanten obwohl eigentlich Holzschwert mit Schabnis 8 ist stärker als Diamant ja das braucht nur 2 Schläge ja ich stärker als Diamant dann nehmen wir Holz ok ich bin wir beim Basis in der Basis vom Gegner ähm gleich vor der Flagge hier ok super aber ich hab leider gerade die Heilung verpasst oh nein ich stirb ja nicht so Moment Minecrafty und Co. kommt auch schon in die gegnerische Basis Achtung ich hab den Blue Intel Achtung ne du hast den Red Intel 3 Schläge oh mein Gott check this makeup 3 Schläge mit dem scheiß Schwert ey die haben unsere Flagge ja genau wollte ich auch gerade sagen die haben unsere Flagge ja ok das ist scheiße ok das ist scheiße das ist ziemlich scheiße was der hat mich einmal geschlagen ich bin gestorben wie soll das gehen ey auf in ihre Basis zu ihrem Intel Point da müssen die auch hin ja schon aber wie ist das jetzt der hat mich einmal geschlagen ich war tot ok Achtung beschützt mich crazy shiny äh hast du hier Flagge renn weg renn nein das war dieser das war dieser Check der hat die Flagge von uns das ist auch ein Spy glaube ich oh nein ich hab zwei von denen gekillt ich bin tot leider ich bin tot leider 3 Minecraft hat den technischen Dingens was oh lol René hat mich abgeknallt er ist in unserem Team ähm hat der Typ noch unsere Flagge ne ne Keine Ahnung Jack the Snack ja natürlich und Minecraft in der Natur auch ja hat der ist der Red Intel oh nein glaub der hat gleich auch einen Punkt oh oh aber Henry hat noch unsere Flagge ja der hat unsere Flagge der kommt gerade durch die Brücke glaube ich also der ist ungefähr gerade bei der Brücke bitte einen Punkt wir brauchen einen Punkt nur komm schon noch einen Punkt da haben wir so gut wie gewonnen ich denke wir schaffen das nicht mehr richtig mit zwei Punkten wir haben einen Punkt glaube ich Minecraft in unserer Base Light Class Light Class ich glaube das wir diesmal einen Punkt haben also noch steht das ja nicht im Chat normalerweise müsste das am Chat stehen ok ein Punkt yes wir haben noch einen Punkt ok wir haben so gut wie gewonnen eigentlich das können die nur richtig schwer aufholen wir haben nicht mehr viel Zeit aber wenn die quasi wenn die alle nacheinander bei uns reinrennen können die auch mehrere Punkte machen quasi oder oh ich möchte auch noch eine einen Punkt komm eine Flagge sichern bitte bitte oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ja ich habe ihn gekillt der was die der Red Intel gehabt hat habe ich gekillt geil so ich habe die Flagge Achtung schon wieder? geil komme aber da ist wie ein Gegner der hat mich verfolgt verdammt ich komme mir benutzt vor irgendwie nur zur Verteidigung hier komme ja ich renne hier im Kreis beschützt dich komm bist du hinter mir? nein aber ich beschütze dich nämlich die Gegner Kille geht doch auch oder? ja so ich komme jetzt auch wieder raus dritter Punkt dritter Punkt bitte lass mich den dritten Punkt nach Hause holen komm 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 du holst den dritten Punkt nach Hause bist du gerade auf der Brücke oder so? ich bin genau jetzt auf der Brücke wer eilig ich bleib stehen und achte drauf ok? ok mach das mach das oh geil man bitte lass mich den Punkt sichern Komma hat der erste Blue Intel jawoll ich habe ihn gekillt so wo ist der nächste? ich glaube zurück zur Brücke ohhhh meine Fresse Achtung lauf schneller lauf schneller lauf schneller wirklich lauf wirklich schneller jetzt sind zwei nämlich die irgendwie vorbeigekommen sind die ich nicht gesehen habe ja da unten in unserer Basis ich gehe ihn ab das am besten so bei uns ist einer der hat unseren Intel verdammt ich muss gleich im Kampf gegen ihn gewinnen ist das Regal wir haben nur einen Punkt ich bin auf der Brücke nein ich werde gekillt verdammte Scheiße ey ich hab deren Punkt also warte 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 nur noch einen nützlich ey die könnte ich nicht mehr verdienen oder? eine Knüche verdammte der kämpft bei uns alle in die Basis ich habe ein halbes Herz bitte lass mich den Punkt nach Hause holen komm schon ihr habt's gleich wie beim Fußball lass mich den Punkt nach Hause holen ja scheiße der kämpft ihr müsst alle in unsere Basis kommen oh ja und wir haben ihn kommt runter kommt runter haben wir gewonnen haben wir gewonnen ich muss gar nicht mehr kämpfen wir haben eh schon gewonnen glaube ich aber ich habe hier eine Flagge guck mal bei uns den Punkt bei hier unten ok Moment wir sind hier unten hä? warum ist das Spiel nicht vorbei es müsste vorbei sein mittlerweile oder? ich habe verloren also ich habe nicht verloren aber ich habe die Flagge verloren verdammt nein ernsthaft ja weil der Typ da unten im Keller gekämpft hat fuu da hätten wir zuerst den Vorschel Red Team Rinds wir haben gewonnen Leute jawoll sauber gewonnen 2-0 schöne Runde ja ein Spiel wenn wir wirklich viele Probleme hatten mit Technik sag ich jetzt mal ja richtig na gut nach kleinen Anfangsschwierigkeiten lief das am Ende schon recht gut also wir haben Punkte und Ende eingenommen dann auch wenn wir den Tod sind irgendwie yeah so wie man rot oder wer ist so gut ja auch man hat crazy dann würde ich sagen Leute wie immer eine Bewertung würde uns sehr freuen bis zum nächsten Video und bis dann noch einen schönen Tag so richtig schön tschüss